hallo ihr da draußen und willkommen zu einer weiteren easy platin diesmal die closing walls unsere aufgabe ist es mit der kugel von rechts nach links zu springen das machen wir mit der x-taste und müssen die jeweilige farbe was unsere kugel hat möglichst versuchen einzusammeln in meinem fall ist es gerade gelb gewesen und das müssen wir 350 sekunden irgendwie schaffen sollten wir natürlich was ja auch hier passiert mehrere normale kaputt gehen ist es kein problem denn die ganze sache wird natürlich im hintergrund wieder addiert das spiel ist nicht cross by bedeutet ihr müsst es für die ps4 und die ps5 jeweils einzeln werben das war es auch schon wenn euch das video gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen und natürlich nicht zu vergessen ein abo da zu lassen damit ihr auch kein weiteres video mehr verpasst ich sage danke fürs zuschauen und ciao bis zum nächsten mal so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020